Winter 2023 auf der Landstraße in Linz am Abend mit Weihnachtsbedeuchtung Hier von der Passage bei der Ursulinenkirche und beim ehemaligen Café Jentschke heute Eko Da vorne der Klosterhof in diese Richtung die Motorkreuzung und hier der Taubenmarkt und hier der Taubenmarkt und hier der Taubenmarkt Hier der noch immer geschlossene Kleiderbauer ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020